Digger, er crowd spammed. Jo, ich weiß, Pavel, weil... Alter, f***t euch doch. Das war jetzt absolut los. Hätten wir haben können, aber ich weiß nicht warum du Office gehen musst. Wenn Jim clear ist, komm einfach zu mir und supporte mich beim planten. Ist richtig, aber nicht, wenn ich dann von Stairs gepusht werde. Einer hätte Stairs halten müssen vom Breach aus, der andere bei mir in Jim bleiben. Und das wär's gewesen. Und du wurdest gewollt, Tom wurde geholt, weil er über Office gehen musste. Wenn, Tom, wenn Jim clear ist, dann scheißen wir auf alles andere, dann gehen wir auf den planten Jim. Was? Was solltest du in Office wollen? We need to locate a bomb. Da gibt's nichts, was du machen kannst. Ja, sehr schlau. Wie? Wenn du in der Tür stehst, wenn du in der Tür stehst, können die vom Objektiv rausholen. Das Objektiv... Die Objektiv-Tür halten an sich ist nicht sehr effektiv, wenn jemand Stairs ist. Ja. Diesmal vielleicht ohne Teamkill, dann kannst du auswählen. Ja, also das hätten wir jetzt gerade echt nicht verlieren müssen. Es hat ein P-Cole. Bar ist wie gesagt ein P-Cole. Deine. Jungs droht mal jemand Kitschitz. Keine pre-placed Nitro. Was jetzt schon drin ist, Support. Wo? Die Hedge. Pavel, geh rein. Das ist clear, Pavel, du kannst bis vorne hin durchgehen. Warte, Maestro, aehmt hier ab. Der aehmt hier ab, Vorsicht. Der aehmt hier ab. Der aehmt hier ab. Ja, deswegen soll Tom ja mitkommen. Oh mein Gott! Collateral! Collateral Headshot! Komm her, Tom! Tom, wo bist du? Digga, was machst du denn? Du stellst es direkt neben mich! Du Idiot, Alter! Du stellst dich direkt neben mich anstatt, dass wir sandwichen. Hallo, umdrehen, top, zurückgehen! Umdrehen! So, und jetzt gehst du links. Links! Sledgehammer! Und auf plan. Sehr schön. Das war mein Plan. Digga, anstatt das du… Anstatt das du…